Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es darum gehen, wie du dadurch, dass du dich ein bisschen zurückziehst von der Frau, deinen Wert steigerst, ihre Anziehung für dich erhöhst, also ihre Anziehung dir gegenüber und dafür sorgst, dass ihr geilen Sex habt und euer Zusammensein, eure Beziehung, eure Affäre oder was auch immer du mit der Frau hast, noch geiler wird und die Frau dich noch mehr will als vorher. Also, wichtiges Thema und Thema, mit dem ich oft mit meinen Coaching-Teilnehmern spreche, natürlich, jeder Mann will das, jeder Mann will guten Sex, jeder Mann will, dass die Frau ihm das Gefühl gibt, er ist der King, das ist ja ganz normal, das ist ja ganz natürlich und es gibt eine Art und Weise, die du benutzen kannst, um leichter an diesen Punkt zu kommen. Was viele Männer falsch machen ist, dass sie zu verfügbar sind, dass sie ständig da sind, die Frau ständig schreiben, ständig Date-Vorschläge machen oder, und das habe ich schon mal in einem Video erwähnt, am Ende von einem Date sagen, ja, dann machen wir unser nächstes Date, statt dieses Fragezeichen einfach stehen zu lassen, diese Ungewissheit zumindest stehen zu lassen und die Frau sich fragen zu lassen, hey, werden wir nochmal ein Date haben? Wann werden wir das haben? Wie wird es mit diesem Mann weitergehen? Dazu muss ich sagen, dass all das, was ich jetzt sage, erst dann wirkt, wenn du auch die Frau tatsächlich triffst und wenn ihr schon ein bisschen Zeit verbracht habt, also wenn die Frau gar nicht sich mit dir treffen will, dann kannst du natürlich nicht viel machen. Das, was ich dir gleich erzähle, wirkt halt dann, wenn du bereits dich mit einer Frau triffst, vielleicht mit einer Freundin in einer Beziehung bist und du merkst, so langsam geht es irgendwie bergab oder das Ganze macht nicht mehr so viel Spaß wie früher. Und da gibt es ja eine ganz einfache Methode, wie du das Ganze wieder auf ein geiles Level bringen kannst, wie du wieder die Anerkennung bekommen kannst, wie du den guten Sex wieder bekommen kannst und wie du wieder dafür sorgen kannst, dass du der King für die Frau oder die Frauen im Allgemeinen bist. Und zwar, das einfache, was du machen kannst, ist, dass du dich mal ein bisschen rar machst und dich mal ein bisschen zurückziehst. Ja, denn nur, wenn Sachen selten sind, nehmen wir sie als wertvoll wahr. Nur Sachen, für die wir arbeiten, die sind für uns, haben einen gewissen Wert. Naja, das heißt, wenn du ständig verfügbar bist und die Frau weiß ganz egal, was sie macht, sie hat dich sowieso an der sicheren Leine, sie weiß sowieso, dass sie dich hat, dann ist das sehr unattraktiv und dann verliert sie einfach ganz normal auf Dauer das Interesse. Das wäre andersrum genauso. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du das Interesse immer mal wieder spikest, indem du auch so Phasen des Rückzugs hast oder Phasen, wo du mal nicht so erreichbar bist, Phasen, wo du dich mal um dich selbst kümmerst, Phasen, wo du dich halt zurückziehst und auch der Freund dich unbedingt mitteilst, hey, deswegen ist es jetzt und das und das mache ich jetzt, sondern einfach dich wirklich mal zurückziehst, für dich weniger auf ihre Sachen antwortest, keine Treffen vorschlägst, sondern dir mal Zeit für dich nimmst und dich mal ein bisschen rar machst. Und dann wirst du ganz automatisch sehen, im Kopf der Frau passiert dann folgendes. Sie sieht das und denkt sich, oh okay, ich könnte diesen Mann verlieren und er scheint sehr wertvoll zu sein, denn sonst wäre er nicht rar. Also wenn du dich rar machst, wenn du dich zurückziehst, dann kreiert das Wert und dann denkt sie sich, oh okay, um diesen Mann zu halten, muss ich investieren, weil wenn du immer verfügbar bist, wenn sie weiß, sie kann anrufen und du bist immer da, wenn sie weiß, sie kann dich nach Sex fragen und du willst immer Sex mit ihr, das ist auch so eine Sache, aber da komme ich gleich zu, wenn sie das weiß, dann muss sie sich halt nicht besonders anstrengen. Sie muss halt nicht investieren in dich. Das ist ja auch nichts Böses, was die Frau da macht, das ist ja ganz normal. Wir sind evolutionsbiologisch so programmiert, dass wir nur so viel in etwas investieren, wie wir rein investieren müssen, weil mehr zu investieren würde keinen Sinn machen. Wir brauchen unsere Ressourcen, also wollen wir sie nicht verschwenden, also machen wir nur so viel, wie es sein muss. Deswegen brauchst du diese Phasen der Rückkehr, des Rückzugs, des sich rar machens, damit die Frau mal wieder investieren kann und den Wert in dir sehen kann. Und das funktioniert eben beim Sex genauso, wie ich eben schon gesagt habe. Es macht Sinn, so komisch wie das klingt, es macht Sinn auch manchmal Nein zu der Frau zu sagen, wenn es um was Sexuelles geht, um ihr zu zeigen, Sex ist keine Selbstverständlichkeit. Du kannst nicht mit dem Finger schnippen und es gibt einfach Sex, weil wenn die Frau denkt oder wenn die Frau davon ausgeht, sie ist einfach nur da und kann immer Sex haben, wann sie will. Du bist immer geil, du bist immer bereit. Dann kann sie Sex einfach benutzen als Mittel. Und du musst dir einfach zeigen, ab und zu mal, nein, ich werde nicht immer mit dir schlafen, nur weil du das gerade willst. Dadurch nimmst du ein bisschen Macht auch zurück in deine Hand. Und das ist einfach ganz wichtig zu verstehen und das machen unglaublich viele Männer falsch. Viele Männer geben unglaublich viel Macht an die Frau ab, vom ersten Moment an. Im Sinne von, sie sind immer verfügbar für die Frau. Sie rufen immer an, sie laufen der Frau hinterher. Also das sind ja sowieso die größten Probleme, mit denen die Männern zu mir kommen. Die meisten Männer, die zu mir kommen, sind einfach, ja, Frauen speichellecker sozusagen. Machen alles für die, tun alles für die und machen sich dadurch super, super uninteressant. Eine Sache wird interessant, wenn wir nicht wissen, was abgeht, wenn sie nicht verfügbar ist, wenn wir für sie arbeiten müssen, wenn wir um sie kämpfen müssen. Das macht eine Sache interessant. Das gibt einer Sache Wert. Also eine Sache hat nicht von vornherein für uns immer Wert, sondern dadurch Wert, dass wir dafür was tun müssen. Zum Beispiel, wenn du dir einen Lamborghini kaufst, dann hat dieser Lamborghini halt deswegen Wert für dich, weil du dafür arbeiten musstest, um ihn zu bekommen. Der Lamborghini hat deswegen Wert, weil er rar ist. Nicht jeder fährt einen Lamborghini, nicht jeder kann einen Lamborghini bekommen und das macht ihn wertvoll. Ja, und genauso ist es halt mit Personen. Sind wir deswegen im Grunde alle unterschiedlich wert? Nicht im Grunde, aber gesellschaftlich gesehen ist das tatsächlich so. Das heißt, ganz auf einer Basic-Ebene bist du nicht weniger wert als ein anderer Mann. Gesellschaftlich gesehen kann das allerdings durchaus so sein, je nachdem, wie du dich halt verhältst. Und wenn du dich Frauen gegenüber verhältst, im Sinne von, ich bin immer verfügbar, boah, ich würde alles dafür tun, um Sex von dir zu bekommen, ich würde alles dafür tun, um Aufmerksamkeit von dir zu bekommen, dann landest du auf jeden Fall in der, naja, nicht mehr unbedingt Freundschaftszone, sondern vielleicht in der Zone, wo die Frauen dich halten, um Aufmerksamkeit zu bekommen von dir. Aber da musst du dich auch nicht wundern, denn du forderst ja auch keinen Respekt ein, also bekommst du halt auch einfach keinen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du dich rar machst, dass du das Mysterium aufrecht erhältst. Ja, dass du auch der Frau sagst oder dass du zum Beispiel nicht sagst nach dem Date, ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Boah, du denkst dir vielleicht, das ist das Richtige zu tun, damit sie sich gut fühlt, aber wirklich gut fühlen wird sie sich halt, wenn du ihr das nicht sagst und sie sich Gedanken um dich machen kann. Viele Männer machen das dann halt, weil sie sich denken, hey, dann fühlt die Frau sich gut, das ist das Richtige für die Frau. Aber das Richtige für die Frau wäre, wenn du dich mal rar machst und dich dadurch interessanter machst, denn das macht es wirklich spannend für die Frau. Dann kann sie mit ihren Freundinnen über dich reden, dann kann sie sich den Kopf darüber zerbrechen, was mit dir los ist. Dann kann sie sich darauf freuen, wenn sie dich als wertigen Mann treffen kann. Das macht den wirklichen Unterschied. Das ist das wirkliche Feelgut, was du der Frau geben kannst, indem du dich mal rar machst. Wirklich rar, aber auch im sexuellen Sinne zum Beispiel. Dass sie einfach merkt, hey, in der Theorie muss ich wirklich auch was dafür tun, um diesen Mann zu halten. Und so sollte es auch sein. Und du hast optimalerweise auch eine Frau, wo du merkst, ja, ich muss ein bisschen was tun, um sie zu halten, weil sonst wird dir auch langweilig mit der Frau. Ja, optimalerweise hast du auch so eine Frau an deiner Seite, wenn du denn eine Frau an deiner Seite haben möchtest. Und wenn du das schaffst, dieses Mysterium aufrechtzuerhalten, dieses, hey, du musst was dafür tun, aufrechtzuerhalten, dann wird dein Zusammensein mit einer Frau, egal ob Affäre oder Beziehung, immer frisch sein. Dann wird das immer spannend sein. Dann wird das niemals langweilig werden. Und du kannst dich ja da draußen umschauen, wie viele von den Beziehungen, die du zum Beispiel in deinem Umfeld mitbekommst, wie viele von diesen Beziehungen wirken denn spannend oder glücklich auf dich. Und das liegt daran, dass eine unglaublich starke Gewohnheit aneinander da ist. Das hat natürlich auch Vorteile. Also dieses sehr nah aneinander sein hat natürlich auch Vorteile. Man fühlt sich sehr wohl, man fühlt sich sehr sicher. Das ist gar nicht die Sache. Aber es hat auch den Nachteil, dass das Ganze weniger spannend macht. Und wenn du spannend für Frauen werden willst, wenn du interessant für Frauen werden willst, dann solltest du die Kunst meistern, dich auch mal an den richtigen Stellen rar zu machen beziehungsweise schon mal von vornherein nicht so da rein zu stürmen. Also nicht im Sinne von, ja, ich tue alles für dich. Ja, Treffen. Oh, ich bin immer bereit, wann du kannst. Egal, wann du kannst. Ich bin immer bereit für dich. Wenn du dich absolut verfügbar machst, dann machst du dich absolut uninteressant. Wenn du dich rar machst, machst du dich hingegen interessant. Das war's vom heutigen Video. Schreib mir mal in die Kommentare, was du von der Theorie oder was heißt Theorie, von dem Konzept hältst. Wie ist deine eigene Erfahrung damit? Schreib es mir in die Kommentare. Geil, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für eine der Coachingplätze im kommenden Jahr bewerben. Wenn du innerhalb des nächsten Jahres richtig viele Frauen kennenlernen willst, richtig viele Frauen daten willst, eine Freundin finden willst, mit vielen Frauen schlafen willst, dann komm in mein 3-Monats-Coaching. Da sind jetzt die ersten Plätze öffentlich gerade für das kommende Jahr. Und rechts kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir das Video gefallen hat. Schau da direkt weiter. Informiere dich noch mehr über das Thema Frauen und bring deinen Erfolg mit Frauen auf das nächste Level. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.